Was ist die Anwendung der Statistik, statistische Methoden und auch Entwicklung statistischer Methoden für medizinische, biologische Fragestellungen? Was ist ein Gebiet, das ich jedem empfehlen kann, der sich quantitativ, also der logisch denken möchte, der mathematische Begabung hat, aber eben in die freie Welt hinaus möchte und mit den Leuten reden möchte und zusammenarbeiten möchte mit anderen und auch helfen können möchte, anderen Leuten Sachen gut zu machen. Und das ist in der Biostatistik ein wunderbares Gebiet, das zu tun. Es hat viel mit Menschen zu tun. Wir beraten einfach die Mediziner, wie sie Studien machen sollten und worauf sie achten müssen, dass sie keine Verzerrungen in ihren Resultaten bekommen später. Das ist nicht nur die Frage, wie man es nachher statistisch auswertet, sondern auch die Frage, wie man die Studie angeht, wie man sie beginnt, wie man sie durchführt und worauf man da eben achten muss. Es ist hilfreich, aber es ist nicht notwendig. Man sucht das Gespräch nicht. Man spricht mit dem Arzt, mit dem Fachmann, versucht dort eine Sprache zu entwickeln. Das ist auch nicht so leicht, natürlich sich verständlich zu machen und herauszufinden, worum es geht und was ist die Fragestellung überhaupt, die eine Rolle spielt. Statistik spielt mittlerweile in der Medizin eine ausgesprochen wichtige Rolle. Es gibt die meisten medizinischen Studien, die müssen auf statistische Verfahren zurückgreifen. Patienten reagieren nicht immer alle gleich. Bei manchen wirkt ein Präparat schneller, bei anderen wird es langsamer, bei manchen wirkt es vielleicht gar nicht, bei anderen wirkt es. Und wenn man so eine Studie hat, vielleicht mit 100 Patienten, dann sieht man, dass bei manchen hat man eine Wirksamkeit, eine Befriedigende, bei manchen hat man sie nicht. Und die Frage ist, was sollen wir jetzt tun? Ist dieses Medikament wirklich anzuwenden oder ist dieses Medikament nicht anzuwenden? Und da es eben keine einfache Ja-Nein-Frage ist, bedient man sich der Statistik, um hier eine klare Antwort zu bekommen. Was ist das Gefühl, was ist das Gefühl, etwas zu tun, was gesellschaftlich relevant ist, was nicht nur in sich selbst lebt, sondern eine Forschung ist, die schwierig ist, die ein gewisses Talent benötigt, damit man sie überhaupt machen kann, die aber relevant ist und die eine Rolle spielt. Und das ist das eine und das andere auch die Interaktion mit den Kollegen, andere Disziplinen. Ich lerne sehr viel dabei, das macht einfach sehr viel Spaß. Man muss auch einen Hang zum klaren, logischen, nüchternen Denken haben. Unsere Rolle besteht oft einfach auch darin, kühl zu bleiben, den Verstand klar zu lassen und einfache Fragen zu stellen. Und sich zu fragen, ist das, was man da beantworten möchte, überhaupt beantwortbar auf diese Art und Weise? Oder ist es überhaupt sinnvoll, es so zu beantworten? Und oft kann man auch an den Fragestellungen selbst noch mitdiskutieren und konstruktiv beitragen durch eine gewisse Strenge des Denkens vielleicht, eine gewisse Logik, die man versucht einzuhalten. Auch in einem Bereich, der für sich ja nicht unbedingt so logisch ist. Menschen sind ja komplex, das ist ja ein sehr komplexes Umfeld, nicht?